So, ich bin wieder im Spiel. Zurück bei euch, Leute. Noah ist gerade nicht mehr anwesend, aber neuer Ruth. Er wird wahrscheinlich jetzt zu Hause rumschreien. Ja, und dann wird er wieder raufkommen. Und wir können bald wieder verzaubern, liebe Zuschauer. Wie viel Level hast du schon wieder? 29. 14, ich habe jetzt 14. Das kannst du nur doch blödes rumfarmen. Ja, farmst du 20 Folgen lang rum, machst nix anderes, aber ist dann für eine völlig gute Rüstung. Oder in den rüsten Sachen. Oh man. Ähm, das ist auch etwas. Okay, gut, ähm. Wieso kann ich denn fliegen? Ja, ich habe das hier nicht geschafft. Ein bisschen. Ein bisschen. Darf ich ihn nehmen kann. Ein bisschen verlösen. Ey, bitte nicht neben ein. Bitte nicht neben ein. Okay, dann stehe ich mir bei. Die Fledermaus. Hallo Schätzchen, komm, Kurs, mein Schwert erwartet dich. Aua. Verdammt Dynamo. Ja, brauchst du auch. Die Fledermaus hat einen komischen Baggisch-Könnis, trotz, dass ich keine Fledermaus mit Benkai noch fliegen. Das Verlust ist irgendwie. Na, naja, gut. Wählst du auf die Fresse, scheiß Zombie. Boah, Junge. Ja, bist du wieder zurück? Internet. Ja, egal, ich muss ihn neu aufnehmen. So. Hey, ho Leute, und herkommt zu einer weiteren Folge. Ja. Tut mir leid, dass die letzte Folge so kurz war, nämlich, ich hatte halt Internetprobleme und dann ist Fraps abgeschmieden und so. Und ja. Die Folge wenigstens auch nur zehn Minuten lang ungefähr. Boah, ich freue mich, sie will, ich sehe, warum denn sie vorher zu gut? Oh, hier. Nach der Folge hören, nach der Folge hören, auf jeden Fall aufzunehmen, nimmt ihr so nervös auf. Jo, ich habe ihn wohl. Ich bin natürlich, ich habe dann so viele Folgen. Ich habe jetzt drei, die Grüße mit meinem Namen, meine Folgen, mein Volk. Tracer, nimmst du da noch was auf? M-m. Muss ich noch was Abend essen? Ja, und weil ich habe ja auch noch ein bisschen Halsweh. Du musst dich auf deinen London-Ford vorbereiten. Wie war das auch damit? Ja, das muss auch noch sein, weil das Böse hat, gerade ich habe noch Halsweh. Deshalb will ich es auch nicht zu arg viel aufnehmen. Ja. Ähm, der Junge denkt an seine Gesundheit. Ja. Na ja, aber Sonne ist aufgenommen, weil ich so komplizt, äh, wegwarten wir aber, naja. Auf jeden Fall, ich bin mir. Ja. Hab gerade, auch ehrlich, überhaupt kein Bock mehr aufzunehmen, weil ich noch für die Folge heute noch nicht vorbereiten muss. Oh, ich muss was essen. Es sind, wo es essen geht, drin. Und, äh, ich muss mal was anpflanzen, dazu brauche ich Erde. Und Erde, habe ich mal im Moment, das muss man anpflanzen. Ja, das war knapp. Ja, das war knapp. Ich habe mal in der Aufnahme habe ich dann nicht fragen. Oder ich kann mir jetzt auch sagen, ich habe vor kurzem Video angeschaut, dass ich weiß, ob ich es nicht muss. Und ich habe so ein kleines, komisches, so was komisches im Hintergrund. uns und Armin was auch darum und Kiebel es ist und warum bin ich gerade in der Schlucht gegangen ich wollte doch gar nicht in den Flucht ich wollte doch mal Schuhe hat all jahre ich kann man später werden ich wollte nach oben ich weiß noch nicht mehr wie er ist blöd Erlauben dir, Yamato schrägstrich kill? Nein, ich kill mich nicht. Blödes, ich will in dieser Hüte bleiben. Ja, bist, dann war ein bisschen da oben. Geil, ich habe jetzt mein Schwert auf Level 2 verzaubert und was ist rausgekommen? Ein Schwert. Bane of Arthropods 1. Was soll das bringen? Das nützt was gegen Skelette oder so. So unnötig diese Verzöger. Bane of Arthropods 1. Bane of Arthropods 1. Dreikopfer worden. Na. Bete. Ich brauche das für ein Pulverisierer. Warum fahmst du nicht? Ja, okay, dann kommen her, dann gebe ich sie. War gerade nicht für die Hölle sich nicht mehr. Was heißt die Höhle, du musst in meinem Haus. Ja, aber... Nachfolger, ich war ein Flugzeug. Amen. Warum hast du Gott Amen gesagt? Wann hast du Gott Amen gesagt? War mich in der Formen gesagt? Also... aber es ist wenn man sagt die deutsche Sprache schwerer Sprache wenn ich das nicht verstehe wenn ihr normal wenn man mal nicht was versteht die Schwestepilie Klasse ist nicht lustig schon bekommst die giftige Kruppte bei Karotten nicht da schon eine giftige Kartoffeln das ist das Bereich es kommt und macht die Tür zu obwohl es jetzt jeder Notausgang bei jeder Notausgang solche sind anderen was soll ich glaube ich bin ich unten er hat nichts an und mannig ist Kruppte aus Poste Treppenhausen Kuppel Stauschung ein Führer da schon dann gibt es alles Aachen wenn die Zollbieter man soll ihn geworfen nein dort noch als man kurz mit Brüder zu sehen so beendet doch die Folgen fünf Minuten dann ist mein Volk weil ich war die Hälfte macht es sind nein Dorn beendet ihr die Folge auch wenn ich sie beendet Prozent ja 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 genau den Vertrag so auch Freunde drücken es die Doppel für den Bogen und macht doch einfach mal die Tür zumindest ausvoll ist warum für die Bogen und so bis zu den Bogen ja Boah ich hoffe das ist irgendwie ließ das Piepen im Hintergrund in den Scheiße ich bin zu mir auf dem Dach alle was sie für ein bisschen immer den Bogen nicht wie die Verzorgung um Stärke drei Schlage eins immer alle Weg die Ehemann und die Unendlich Unendlich Weltmehrung und Stärke 5 4 und das hat die Lacht am Feuer und Feuer okay also Flammen also ich komme gerade mein Haus nicht rein wie viel Zeug hier vor Alter drei Kriper drei Zombies die vier Zombies eine Spinne warum nicht das war mehr ich nehme jetzt in Redstone für die drei Minuten gibt es ein bisschen Party Alter wie viel Zeug hier ist ich baue mich erst dazu bevor die noch die Tür hier kam oh kein Kriper ich bin hier Gott sei Dank ja ähm Alter wie bin ich wie macht du das mit dem Pulverreißer ich öffne dich bitte die Dapse weg aber ich sage es hat sie weglegen hier tut es nicht danke fürs Zuhören sorry Junge ich hab sie eh weggelegt richtig viel ab ja mal durchfragen nicht so mit dem nun bin ich komme hier schon Prozent ey mach ich mein Stück kaputt so ähm Wassereimer, Restweg, Wasser aufs Füllung, Kohle reinspeisen bitte? du nimmst den Wassereimer? was hast du denn da hingestellt? das ist mein Kopf Selbstvertret nein, mein Selbstvertret ähm toll so, sicher, sicher das lege ich ab und das kommt da rein und sonst noch was, was da reinkommt da na, da hab ich leer gut erz, 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 scherz, 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 scherz ha, 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 ha zombie brains für die Welt hau, nur noch zwei Minuten nehm ich auf beende die denn auch oder nicht ich bende da nur ne Folge also ich werde die Aufnahme dann beenden ich muss wieder was es war naja, ich habe jetzt eh nichts zu tun, also ich werde sie jetzt beenden wieder 21 jemand wird herstellen 8 und 20 Philipp, bin es so jetzt auch oder nicht ja, weil ich mache was muss ich das Wasser ergeben was ist, reich und reich und reich und reich und reich und reich ja, ich glaube ich bin es auch jetzt mal ja, dann beenden wir jetzt zu zweit ja, dann beenden wir jetzt zu zweit ja, ich bin noch ein paar Minuten auf oder ja, ich bin jetzt und nehme noch die Matsch ist auf okay, dann sage ich mal Ciao Leute ich verabschiede mich auch, ich denke für 50 Minuten das war so von meiner Folge er, Joach eine Bewertung würde sehr frei bis zum nächsten Mal Ciao Leute Tschüss Tschüss jetzt war erst mal 5 Minuten